Ich bin Gefreiter Eder und bin momentan Grundverdiener beim Aufklärungs- und Atelierbataillon 7 in Feldbach. Im Moment versehe ich meinen Dienst mit der Assistenzkompanie hier in Bad Rackersburg. Da ich nicht wie geplant am 31. März abrüsten werde, werde ich meinen Beruf als Zerspannungstechniker bei entspannten Lage fortsetzen. Aber da wir hier flexibel sind, werden wir weiterhin für die Bevölkerung Schutz und Hilfe bieten.